BB-Radio. Mikeys Olympia-Challenge. Heute Bobfarm. Und wir haben wieder drei Probleme. Erstens, ich bin zu dick. Schon wieder. Zweitens, ich war schon beim Fußball der Langsamste. Und drittens, das hier ist mein Trainer. Und neben mir steht da die Legende des deutschen Bobsports, Kevin Kuske. Grüß dich. Grüß dich, ich freue mich, dass du da bist. Dieses Grinsen. Aber erstmal Faktencheck bevor es losgeht. Olympia steht vor der Tür. Deutscher Bobsport. Haben wir Chancen auf Medaillen? Wir haben sogar zwei Chancen auf eine Medaille. Lisa Buckwitz aus Potsdam und fährt jetzt mit Kim Kalicki im Zweier-Bob zu Olympia. Und dann haben wir unsere Deborah Lewy, die schnellste Anschieberin, die wir gerade haben. Bei Laura Neute, wo du ja den schönen Hut auf hast, die schöne Mütze. Ja, herzlichen Dank dafür. Und vielleicht kann man sich ja bei mir noch was von der Technik abgucken. So, ich bin heiß. Auf geht's. Na dann mal Rinder. Ja, zack. Jacke weg. Und ab. Ich kann nicht noch schneller. Schiebst du mich jetzt mit hoch? Top. Oh, herrlich. Gut, anschieben kann ich. Dann bin ich jetzt mal hier Pilot und Kevin schiebt mich ein bisschen an. Na sag mal. Können wir, oder man? Das ist zu langsam. Nur weil ich dick bin. Jawoll. Bester Trainer der Welt. Kevin, was sagst du, bin ich fit für Olympia? Also topfit sind wir noch nicht, aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Ich denke, wir schaffen es. Ja repellent das Mensch. Untertitelung des ZDF, 2020